Alright guys, wir sind wieder back und heute bei den Freunden zeige ich euch, wie ihr das neue Dragon Ball Project Multi auf PC runterladen und auch zocken könnt. Wenn ihr vielleicht versucht habt, das Game so runterzuladen und das Game zocken wolltet, dann war da ein kleines Problem. Und zwar konnte man nur das Spiel anfordern und es würde zum Beispiel jetzt hier stehen, bei mir steht jetzt hier spielen, weil ich schon angenommen worden bin. Aber bei euch würde hier stehen Spiel anfordern oder so und wenn ihr schon draufgeklickt habt, dann würde da stehen, euch würde so eine E-Mail geschickt, wenn ihr angenommen werdet. Wird aber nicht passieren, denn ihr seid in Deutschland und das Spiel ist nur in verschiedenen Regionen. In Kanada, Frankreich, United States, United Kingdom und Japan. Für Nordkorea und Deutschland wurden nur für Mobile gemacht. Das heißt auf Steam braucht ihr ein VPN und einen neuen Account. Das heißt ihr geht einfach auf Account wechseln oder auf Abmelden. Ich mag einfach Account wechseln. Dann, wenn ihr euer Account erstellt, müsst ihr einen VPN anmachen. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach NodeVPN. Ich weiß nicht, ob das mit kostenlosen VPNs geht. Habe ich nicht ausprobiert, aber mit bezahlflüchtigen VPN geht es auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe meinen einfach mit Japan verbunden. Ihr könnt das wie gesagt mit den genannten Ländern, United States, United Kingdom, Kanada, blabibblub. Das geht. Ich habe jetzt einfach auf Japan und müsste ich hier auf Plus Account hinzufügen. Dann hier noch kein Steam Account müsst ihr da hier drücken. Dann kommt dieses Fenster hier auf und dann müsst ihr euren Account erstellen. Wie seht ihr habt schon euer Land Japan ausgewählt und dann müsst ihr einfach eure E-Mail machen. Oder wenn ihr schon eine habt, dann macht euch einfach mit dem VPN einen Account. So, habt ihr einen Account erstellt, dann müsst ihr einfach nur noch Dragon Ball hinschreiben. Und dann kommt schon Dragon Ball Project Multi. Dann müsst ihr, bei mir steht es schon jetzt spielen. Ich habe es auf zwei Accounts, damit ich das auch in anderen Ländern probiert habe. Ich glaube, das auf dem anderen war Japan und auf dem hier war, glaube ich, Kanada. Also es geht auf jeden Fall auf mehreren Ländern. Hauptsache ihr habt ein VPN. Wichtig ist, einfach dann hier auf Anfordern klicken und dann ein paar Stunden warten. Bei mir hat zum Beispiel irgendwie sechs Stunden gedauert. Es kann maybe auch einen Tag dauern, ist eigentlich immer unterschiedlich. Genau, habt ihr ein paar Stunden gewartet und habt das auch mit einem japanischen Account oder einem kanadischen, was auch immer. Hauptsache in die Region, wo es ist. Dann werdet ihr eine E-Mail bekommen und könnt das Spiel dann auch spielen nach ein paar Stunden. Dann müsst ihr einfach jetzt spielen oder es wird schon bei euch in der Bibliothek angezeigt. Hier neu in der Bibliothek steht bei mir schon. Und ja, dann könnt ihr auch ohne VPN spielen. Dann könnt ihr einfach euer VPN direkt ausmachen. Wenn ihr es angeschaltet habt, dann macht ihr es einfach aus. Und habt dann mit 30 Ping oder so. Die haben auch deutsche Software, ich weiß nicht wieso. Aber ich hatte einen extrem guten Ping, irgendwie 20 Ping oder so. Ist auf jeden Fall mega nice. Dann würde ich sagen, war es mit einem kleinen Video. Ich hoffe es hat euch geholfen. Dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und tschüss. Dann wür biten wir einfach so. Dannado die